Herzlich Willkommen zu dieser Meditation. Geld ist für dich eine gute Sache. Schon allein aus dem Grund, weil fehlendes Geld fast immer Schwierigkeiten mit sich bringt. Und solange du dein Geld auf ehrliche Art und Weise bekommst und dir damit ein schönes Leben einrichtest, hat es einen guten Zweck. Jetzt stelle dir mal vor, wie es wäre, wenn du nur die richtige Lebenseinstellung bräuchtest und das Geld erscheint dir wie durch Zauberhand in deinem Leben. Wie wäre das? Sicher gut, nicht wahr? Okay, genau das ist nämlich der Zweck dieser Einschlafmeditation. Damit du beginnst, dich ganz sicher zu fühlen, dass der Wohlstand in dein Leben kommt, weil du ihn verdient hast und damit du verstehst, es in dein Leben zu ziehen. Sei aber bitte vorsichtig, nicht das Gefühl aufkommen zu lassen, den Reichtum haben zu müssen. Denn dies wäre eine Sicht aus dem Mangel heraus, was demnach Mangel verursachen würde. Es einfach nur zu bevorzugen ist die richtige Haltung und dabei entspannt und innerlich sicher sein, dass der Reichtum zu dir kommen wird. Prüfe am besten auch, ob in dir keine Glaubenssätze vorhanden sind, die einen Reichtum verhindern würden. Wenn du sie entdecken solltest, dann ersetze sie durch diese hier angebotenen positiven Glaubenssätze. Denn wenn du frei von solch sabotierenden Glaubenssätzen bist, dann ist dir alles möglich. Wie funktioniert also das Manifestieren? Im Prinzip lässt du deine Aufmerksamkeit auf der Vorstellung deines bereits erhaltenen Reichtums ruhen. Und zwar in dem Wissen, dass es so sein wird. Hier bekommst du das Verständnis, dass du von Natur aus in der Lage bist, mühelos massiven Reichtum in deinem Leben zu erschaffen. Du solltest wissen, dass du immer richtig geführt wirst und immer sicher und geschützt bist. Und dass die Menge an Reichtum, die du visualisierst, ohne Zweifel zu dir kommt. Du kannst dich dabei einfach entspannen und es geschehen lassen. Und es spielt keine Rolle, ob du an die Kraft des Unterbewusstseins glaubst oder an Gott oder an das Universum. Es funktioniert einfach deswegen, weil es ein Naturgesetz ist. Höre dies abends beim Einschlafen. Es ermöglicht deinem Geist, während der Dauer deines Schlafs zu arbeiten, um genau das anzuziehen, was du dir vorstellst. Fangen wir also an. Erlaube dir nun tief zu entspannen. Lege dich hin und schließe sanft deine Augen. Und fange damit an, indem du nun eine bewusste Absicht setzt. Die Frage ist, wie viel Geld du in deinem Leben manifestieren möchtest. Sei dabei ganz konkret und wisse genau, dass du es zu dir anziehen wirst. Stelle dir diesen Betrag vor. Gut. Und nun lasse los und entspanne, wobei du nun den ersten tiefen Atemzug einnehmen kannst. Und lass es wieder raus. Fühle, wie dein Körper sich immer angenehmer anfühlt, wenn du jetzt all die Anspannungen loslässt. und du spürst ganz deutlich, wie du immer mehr in die Entspannung hinein sinkst. Und es kann sich sogar so anfühlen, als würdest du in den Grund unter dir hinein sinken. Fühle, wie all die Muskeln in deinem Körper loslassen und entspannen. Und wie du so fühlst, wie dein Körper ganz sanft in diesen wundervoll entspannten Zustand hinein gleitet. Da kannst du dir erlauben, ganz und gar loszulassen, um noch tiefer in diesen behaglichen Zustand zu sinken. Und nimm nun noch einen tiefen Atemzug ein. Und wieder aus. Dein Atem verlässt deinen Körper und die Gedanken verlassen deinen Geist. Lass einfach los und spüre, wie du dich in jedem Moment, in dem du dich tiefer und tiefer in die Entspannung bewegst, immer noch wohler und wohler fühlst. Und gleichzeitig kannst du alles, was ich sage, immer deutlicher spüren und alles genau so wahrnehmen, wie ich es dir beschreibe. Stelle dir vor, du liegst am Strand auf einer wunderschönen, dicken Luftmatratze. Und langsam kommt die Flut. Und mit jedem deiner Atemzüge erscheint eine weitere Welle des Ozeans. Entspanne einfach, während du hörst, wie die Wellen aufsteigen und absinken. Mit jedem deines langsamen Ein- und Ausatmens. Erlaube dir noch tiefer in die Entspannung und in dein Wohlgefühl zu sinken. Und wo du nun nochmals einen tiefen Atemzug einnimmst und loslässt. Da bemerkst du, wie die sanften Wellen aufsteigen und wieder absinken. Mit jedem Atemzug ein und mit jedem Atemzug aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer weiter empor gehoben und wirst immer mehr vom Wasser getragen. Und nun liegst du so ruhig und so entspannt auf der Matratze und wirst ganz sanft vom leichten Seegang gewogen. Ganz und gar genießt du diese Atmosphäre der Ruhe und des Friedens. Die Sonnenstrahlen fühlen sich ganz angenehm warm an. Und ein lauwarmer Wind streicht über deine Haut. Und durch dieses sanfte Durchgewogen werden entspannen sich alle deine Muskeln. Die Muskeln deiner Füße und weiter rauf auch alle Muskeln in deinen Beinen. Ebenso entspannen sich nun immer mehr die Muskeln deiner Hände und weiter rauf die Muskeln deiner Arme. Löse und entspanne den Körper tiefer und tiefer. Mit jedem Atemzug ein und mit jedem Atemzug aus. Fühle dich selbst immer tiefer fallend in die absolute Entspannung. Während du dort ganz ruhig liegst. Entlasse nun all die Anspannungen deines Rückens, deines Nackens und der Schultern. Entlasse auch alle Anspannungen in deinem Bauchbereich und in deinem Magen. Dein Magen fühlt sich nun vollkommen ruhig und ausgeglichen an. Und ist gut und warm durchblutet. Immer weiter und immer tiefer loslassen nun. Während die Anspannungen sich nun überall immer weiter auflösen. und so zieht die Entspannung nun schließlich hoch zum Hals und in den Kopf hinein. Entlasse jetzt all die Muskeln deiner Kopfhaut, deiner Stirn, deiner Augen und Augenlider und auch der Wangen und zu guter Letzt auch das Kinn und all die anderen kleinen Muskeln in deinem Gesicht. Lasse deinen Atem nun ganz rhythmisch werden. Ganz gleichmäßig geht dein Atem ein und aus. Und immer tiefer lässt du dich in diesen angenehmen Zustand hinein sinken. Immer mehr ist für dich diese tiefe Losgelöstheit und diese tiefe Frieden spürbar. Und mit der zunehmenden Tiefe dieser Entspannung gewinnst du auch immer mehr und mehr ein tiefes Vertrauen in deine Kräfte und in die Kräfte, die dich absolut sicher führen. Dein Geist und deine Gedanken schweben bereits tief ruhend in der Entspannung. Während dein gesamter Körper nun schon von einem tiefen Wohlgefühl eingenommen worden ist. Die absolute Ruhe ist tief in dir und deinem Körper. Und wo du nun mal in die Ferne schaust, wo du deine Aufmerksamkeit ganz weit nach draußen auf den Ozean lenkst, da beginnst du ein sehr kleines Objekt in der Entfernung zu sehen. Und wo du es neugierig beobachtest, da bemerkst du, umso mehr du entspannst, desto näher kommt dieses Objekt. Es wird dir nun ganz offensichtlich, umso entspannter und vertrauensvoller du wirst, desto schneller ziehst du dieses Objekt zu dir ran. Und weil du dies nun weißt, erlaubst du dir einfach in der absoluten Weise loszulassen und umarmst die Entspannung, die auf unglaubliche, wunderschöne und natürliche Weise zu dir kommt. Du bemerkst, wie das Objekt im Ozean immer größer und größer wird, umso tiefer du in die Entspannung gehst. Lasse dich also tiefer und tiefer in die Entspannung sinken und erlaube dir, dich den Wellen von Ruhe und Frieden vollständig hinzugeben. Das Objekt kommt immer näher und wird größer und größer. Du kannst jetzt noch klarer sehen, dass das Objekt anscheinend eine Art Kiste ist. Und wo du nun das allerhöchste Maß der Entspannung und des tiefen Vertrauens erreicht hast und du dich in höchster Weise wohlfühlst, da kannst du die Auswirkungen deiner Anziehung beobachten, indem das Objekt immer näher und näher kommt. Einfach, weil du es durch tiefe Entspannung und tiefem Vertrauen mehr und mehr zu dir hingezogen hast. Falle tiefer, sogar noch tiefer jetzt. Lasse los und sei einfach nur in diesem total angenehmen Moment des Friedens. Du nimmst das Objekt in Empfang und siehst, dass es eine Holzkiste ist, die wie eine Schatztruhe aussieht. Du erkennst die Regel, die besagt, dass umso tiefer du entspannt bist und umso harmonischer dein Leben ist, desto leichter ziehst du die Dinge in dein Leben. Wissend, dass du diese Kiste zu dir angezogen hast, öffnest du sie und was du siehst, ist exakt derselbe Betrag, den du am Anfang festgelegt hast. Es ist alles deins. Wie fühlt es sich an, dass dieses Geld nun deins ist? Und was willst du damit tun? Visualisiere es jetzt. Du kannst dir vorstellen, wie du das Geld auf deinem Bankkonto einzahlst. Oder visualisiere, wie du dieses Geld ausgibst. Du hast es angezogen. Du hast es manifestiert. Es ist deins. Deins zum Sparen, deins zum Ausgeben oder deins zum Teilen. Was wirst du nun mit deiner neuen Fülle tun? Dieser neue Reichtum ist eine gute Sache. Du weißt, wie auch immer du dieses Geld benutzen wirst, wird etwas Gutes sein. Wenn du es für dich ausgibst, wird es auch zu anderen kommen, die es dann genießen. Du kannst Wohlstand und Reichtum in dein Leben ziehen, wie viel du auch immer möchtest. Du wirst immer sicher, du wirst immer sicher, geschützt und versorgt sein. Du kannst all deine Sorgen bezüglich Geld loslassen. Denn da ist genug für dich. Denn da ist genug für dich. Da ist genug für alle. Geld ist eine erneuerbare Ressource, das leicht und mühelos erschaffen und erreicht werden kann. So lasse einfach los. Lasse los und entspanne dich in den Reichtum hinein. Deine visuelle Vorstellungskraft, deine vertrauensvolle Entspannung und Harmonie sowie dein Glaube an deinen Wohlstand, bringt immer alles für deine Verwirklichung in Gang. Visualisiere dich selbst nun, wie du diesen Reichtum besitzt und verwendest. Entspanne dich einfach darin hinein, in das Wissen, dass es bereits dir gehört. Du hast es manifestiert. Wann immer du bereit bist, so kannst du einfach loslassen. Entspanne und sinke in deinen Schlaf, während du den folgenden Affirmationen erlaubst, in deinen unbewussten Geist einzusinken. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real, in der Völle zu sein. Umso entspannter ich bin und umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real, in der Fülle zu sein. Umso entspannter ich bin und umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real, in der Fülle zu sein. Umso entspannter ich bin und umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real, in der Fülle zu sein. Ich fühle ganz real, in der Fülle zu sein. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich habe von mir seitdem, woher ich mich erlebe und denn da bin ich sehr viel geblieben. Ich möchte mir das Bild als großartige Menschen geblieben. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mir deutliche Erleichterung auf bin. Ich möchte mich immer wieder erleiten. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real, in der Fülle zu sein. Umso entspannter ich bin und umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real, in der Fülle zu sein. Umso entspannter ich bin und umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real in der Fülle zu sein. Ich fühle ganz real in der Fülle zu sein. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real, in der Fülle zu sein. Umso entspannter ich bin und umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich habe von mir das Gefühl, der Erleichterung und der Erleichterung und der Erleichterung und der Erleichterung und der Erleichterung. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichterung und der Erleichterung und der Erleichterung und der Erleichterung und der Erleichterung. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real, in der Fülle zu sein. Umso entspannter ich bin und umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstand wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real in der Fülle zu sein. Umso entspannter ich bin und umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real, in der Fülle zu sein. Umso entspannter ich bin und umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real in der Fülle zu sein. Umso entspannter ich bin und umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real, in der Völle zu sein. Umso entspannter ich bin und umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real, in der Fülle zu sein. Ich fühle ganz real, in der Fülle zu sein. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich habe von mir das Gefühl, deslobsten Menschen, umso harmonischer mein Leben ist. Desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es. Und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real, in der Fülle zu sein. Umso entspannter ich bin und umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real, in der Völle zu sein. Umso entspannter ich bin und umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real, in der Fülle zu sein. Umso entspannter ich bin und umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real, in der Fülle zu sein. Umso entspannter ich bin und umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich habe von mir in mir hierbirgoneytraditionen undomy newly bereittet, umso harmonischer mein Leben ist, umso harmonischer mein Leben ist. Desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Die Inge kommer ich über Gen?? Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Ich fühle den Wohlstand ganz deutlich und bin real gewiss, dass es so sein wird. Ich habe die innere Gewissheit, meinen Reichtum bei mir zu haben. Ich fühle mich vollkommen glücklich und dankbar. Mein ganzes So-Sein ist die Ursache dafür, dass Geld in mein Leben kommt. Ich ruhe mit meiner Aufmerksamkeit in der Vorstellung meines bereits vorhandenen Reichtums. Ich bin von Natur aus in der Lage, mühelos Reichtum in meinem Leben zu erschaffen. Ich habe ganz klare Vorstellungen von meinen Zielen. Ich erkenne und löse alle negativen Glaubenssätze in mir. Ich weiß, dass ich immer richtig geführt werde und sicher und geschützt bin. Ich habe ein wunderbares Leben in großem Wohlstand verdient. Ich habe es verdient, in der natürlichen Fülle zu leben. Ich erlebe mich in dem Gefühl, bereits reich zu sein. Ich glaube daran, dass viel Geld in mein Leben kommt. Ich bin ganz entspannt und nicht auf das Geld angewiesen. Ich muss das Geld nicht haben, aber ich bevorzuge es. Und darum kommt es. Ich habe ein Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit verursacht mir genau das, für das ich dankbar bin. Ich habe von mir das Bild eines wohlhabenden Menschen. Ich fühle ganz real, in der Fülle zu sein. Umso entspannter ich bin und umso harmonischer mein Leben ist, desto leichter ziehe ich die Dinge in mein Leben. Das innere Gefühl meines Wohlstands wird für mich immer deutlicher und realer. Ich fühle meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt. Aber ich fühle meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, die in mein Leben kommt.